Offshore-Firma, wie Sie Ihr Geld bei Schweizer Banken vor dem Zugriff Dritter schützen. Ein gerichtliches Verfahren wegen falscher Anschuldigung, angeblicher Korruption oder angeblichem Steuervergehen oder Alimente oder unlauterer Wettbewerb kann zur Sperrung Ihrer Konten im Heimatland führen und Sie finanziell schachmatt setzen. Von heute auf morgen sind Sie temporär bankrott gesetzt. Alltägliche Ausgaben für Ihre Familie und Ihr Business sowie eine effiziente Verteidigung sind nicht mehr möglich. Ich zeige Ihnen, wie Sie Ihr Vermögen effektiv schützen, indem Sie Teile davon ins Ausland verlagern. Guten Tag, mein Name ist Enzo Caputo von SwissBankingLawyers.com. Wie Sie vielleicht von meiner Webseite wissen, managen Schweizer Banken 30% aller Vermögenswerte von Privatpersonen weltweit. Warum bringen alle reichen Leute Ihr Geld in die Schweiz? Die Gründe sind bekannt. Politische Stabilität, wirtschaftliche Stabilität, Neutralität, effizientes Rechtssystem, milde Besteuerung, mehrsprachiges Personal, hervorragende Bankdienstleistungen mit Konten in mehreren Währungen. Die stabile Schweiz ist der beste Ort für Ihr Vermögen. Das Schweizer Bankgeheimnis ist lediglich aus steuerlichen Gründen verschwunden. Das Bankgeheimnis existiert noch für Privatsphäre und Datenschutz. Aufgrund des automatischen Informationsaustausches ist es nicht mehr möglich, nicht deklariertes Geld zu verstecken. Warum haben all die reichen Leute Bankkonten auf den Namen von Gesellschaften und nicht auf ihren persönlichen Namen? Ganz einfach. Sie wollen Ihr Vermögen schützen, Haftungsrisiken minimieren und vermeiden. Für die Behörden ist es wesentlich einfacher, Ihr Vermögen in Ihrem Wohnsitzland zu sperren, als dies im Ausland zu tun. Niemand sollte wissen, wo Ihre Vermögenswerte sind. Aus meiner langjährigen Erfahrung kann ich Ihnen bestätigen, dass viele derartige Gerichtsverfahren mit einer Hausdurchsuchung eingeleitet werden. Sollte es bei Ihnen morgens um 6 Uhr klingeln, sind Sie froh darüber, wenn Sie keine ausländische Bankunterlagen im Haus oder im Büro aufbewahren. Darum rate ich Ihnen, dass Sie mit Ihrer Bank im Ausland eine Vereinbarung über den Postversand treffen. Dies bedeutet, dass sämtliche Bankkorrespondenz für Sie persönlich bei der Bank deponiert wird. Wir wissen mit Sicherheit, dass Menschen betrügen, lügen und stehlen. Im Mittelalter haben die reichen Leute Burgen gebaut, um sich zu schützen. Heute müssen Sie, anstatt Burgen zu bauen, Firmen ausserhalb Ihres Landes gründen, um sich zu schützen. Ihr Bankkonto sollte auf den Namen eines Unternehmens und nicht auf Ihren Namen geführt werden. Wenn Sie Vermögen auf Ihren Namen haben, sind Sie leichter aufgreifbarer, als wenn Sie es strategisch verteilen. Eine juristische Person sollte Ihre Bankkonten, Yachten, Immobilien, Ortheimersammlungen, Lizenzrechte und Beteiligungen halten. Was auch immer. Trennen Sie sich juristisch raffiniert, aber nicht wirtschaftlich von Ihrem Vermögen. Überschreiben Sie es auf eine von Ihnen kontrollierten Gesellschaft. Sie erhöhen Ihren Schutz ungemein, wenn Ihre Gesellschaft im Ausland angesiedelt ist. Es ist viel schwieriger für Behörden und Gläubiger Zugang zu Ihren Vermögenswerten zu erhalten, wenn Sie es mit einer Gesellschaft in einer ausländischen Rechtsordnung zu tun haben. Ein weiterer Vorteil der Schweiz ist zum Beispiel, dass wir noch Inhaberaktien anstatt Namenaktien benutzen dürfen. Der Name des Aktionärs und wirtschaftlichen Eigentümers erscheint nicht im Handelsregister. Für viele kommt die Erkenntnis, keine oder mangelnde Asset Protection Tools zu haben. Erst mit der Übergabe des richterlichen Hausdurchsuchungsbeschlusses. Spielen Sie nicht mit der Zukunft Ihrer Familie und Ihres Unternehmens. Schützen Sie sich jetzt dank unseren bewährten Lösungen und profitieren Sie noch heute von meinem langjährigen Erfahrungsschatz. Greifen Sie jetzt zum Telefon und wählen Sie 0041 44 212 4404. Seien Sie reich und bleiben Sie reich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020